Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe, die sich mit der Frage beschäftigt, wie komme ich eigentlich vom objektorientierten Modell zum fertigen Programm? Wir garten das Ganze ja am Beispiel von ModelViewController in C Sharp und in diesem Abschnitt geht es um ein paar Vorüberlegungen, wie man eigentlich sowas grundsätzlich aufbauen sollte. Bevor wir jetzt loslegen, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Also der Plan ist ja, wir bauen eine Softwareanwendung. Und wir haben ja jetzt gesehen, wir haben jetzt Datenmodelle erzeugt, da werden dann wahrscheinlich irgendwann Daten abgelegt. Dann haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht über Abläufe und Prozessmodelle. Das alles ist ja jetzt irgendwie in unserer Web-Anwendung drin. Die Anwendung, egal wie sie aussieht, ob es eine Web-Anwendung ist oder sonst was, hat ja eigentlich den Zweck, diese Prozesse hier zu unterstützen. Also A arbeitet mit B zusammen und die sollen jetzt irgendwie besser zusammenarbeiten. Das ist der Plan. So, jetzt kann ja so eine Applikation, so eine Softwareanwendung, in verschiedenen Darreichungsformen bei uns auftauchen. Also können wir uns vorstellen, die gibt es als FAT-Client, also so eine richtige Anwendung, die bei Ihnen auf dem PC läuft. Dann gibt es so eine Mobile-GUI, also irgendwie so eine App, die auf einem Smartphone läuft. Dann gibt es die Web-Anwendung. Das ist ja das, wo wir uns hier im Wesentlichen mit beschäftigen wollen. Aber dann gibt es natürlich auch alles mögliche andere. Also neuerdings verstärkt diese Chatbots. Dann kann man sich überlegen, ob da so ein IoT-Hub da dran hängt oder ob irgendjemand noch E-Mails verschickt. Also im Prinzip, diese Anwendung, die lebt hier irgendwo bei uns im Unternehmen, auf irgendwelchen Rechnern und wird uns eben in verschiedenen Formen dargereicht. Das heißt also, wenn man sich das überlegt, unterm Strich gehört eigentlich alles das zu der Anwendung. Also auch diese Clients müssen programmiert werden und die muss man sich entsprechend mit überlegen, wie die ausschauen sollen. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen aufräumen, dann stellen wir fest, naja, also nach oben hin, da wo diese GUIs auftauchen, da werden ja irgendwann die Anwender davor sitzen, da geht es im Prinzip im Wesentlichen um die Prozesse. Ja, darunter liegen Prozessmodelle, also im Prinzip die Vorgabe, wie soll der Prozess ablaufen und darunter eben das Datenmodell und dann gibt es wahrscheinlich irgendwo, wenn alles gut läuft, ein bisschen außerhalb unserer eigentlichen Anwendung, irgendjemand, der die Datenhaltung macht. Also Vulgo, heute eben ein Datenbankmanagementsystem mit einem Datenbank, mit einer Datenbank, so dass wir eben uns da nicht mehr drum kümmern müssen, aber die Daten trotzdem gut verpackt sind, also gut aufgehoben sind. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das ausschaut, also was man wo modellieren muss, dann haben wir ja festgestellt, dass viele jetzt alles, was sie so sich als Prozess überlegen, auch irgendwie mit in das Datenmodell reinknoten. Das ist gar nicht notwendig, wir müssen uns einfach mal belegen, wofür ist das alles da. Ja, und als, sagen wir mal so als Gedankenstütze oder als ganz gutes Bild, stellen Sie sich doch einfach vor, Sie haben den Prozess auf Papier. Dann haben Sie ein leeres Blatt und dann schreiben da Menschen was drauf. Also diese Aufschriebe, die da Menschen auf Blätter schreiben, nehmen wir mal an, wir machen den Prozess auf Papier, dann werden ja diese Blätter im Unternehmen weitergegeben. Das sind unsere Daten, also das ist ja das, was wir aufheben. Da sieht man auch schon, das sagt uns jetzt was über den Zustand. Also da hat jemand was aufgeschrieben, hat jemand aufgeschrieben, wir brauchen eine Schraube, wir brauchen eine Mutter, hat irgendwie noch eine Zahl draufgeschrieben, keine Ahnung. So, in diesem Bild werden dann die Datenmodelle im Prinzip unsere Formulare. Also das, was ich vorher auf das Papier aufdrucke, damit Menschen, wenn sie den Prozess durchführen, also den Arbeitsablauf abarbeiten, was sie dann eine Struktur haben, wo sie die Sachen eintragen können. Das macht im Prinzip das Leben einfacher und gibt dem ganzen Prozess Struktur. Und dann kann man sich überlegen, okay, dann wird der Fehler ärmer, weil alle das gleiche Formular benutzen und all diesen schönen Dinge, die sie ja schon gehört haben. Gut, wenn ich mir jetzt anschaue, was ist dann das Prozessmodell, jetzt könnte ich mir überlegen, okay, ich könnte jetzt auf diese Papierformulare noch so Anweisungen mit draufdrucken. Also wenn du damit fertig bist, dann gib es weiter an Abteilung XY. Das ist so der Klassiker. Das, was wir so in der Software Engineering die ganze Zeit als Rollen kennenlernen, das gibt es ja in vielen Unternehmen heute schon als Aufbaustruktur. Aufbaustruktur, also für irgendwelche Sachen ist halt irgendeine Abteilung zuständig. Und die überlegen sich dann intern, wenn das reinkommt, auf welchem Papierhaufen sie das legen, in welcher Abarbeitungsschachtel das landet und wer dann am Ende das tatsächlich auch macht. So, und ein Prozess könnte man sich jetzt vorstellen, das wäre dann irgendwie, dass da irgendwelche Leute die Sachen abhaken. Und wenn wir jetzt gucken, was auf diesem Papier tatsächlich landet, dann ist das ja nicht der Prozess. Ja, der Prozess selber, der findet ja zwischen den Menschen statt, die sich diese Papiere hin und her geben. Was wir da sehen, ist im Prinzip immer nur der Zustand. Ja, also sowohl von den Daten, also irgendjemand hat was aufgeschrieben, dann habe ich Daten, ja, oder auch von dem Prozess und dann entsprechend von dem Prozessmodell, irgendjemand hat was gemacht, also hat das abgehakt oder das Zettelchen weitergegeben. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dann stellt man fest, okay, die einzelnen Personen und Rollen, die sie sich überlegt haben, die haben im Datenmodell ja gar nichts zu suchen. Die muss es eigentlich nur in dem Prozessmodell geben und eben entsprechend in dem Prozess. Und was wir jetzt machen ist, nachdem wir hier unten, also das ist ja im Prinzip alles statisch, also irgendjemand hat was gemacht und jetzt habe ich den Zustand. Bums. Dann macht irgendjemand anderes was, dann gibt es einen neuen Haken, dann gibt es einen neuen Zustand. Ja, und vielleicht auch neue Daten, die irgendjemand eingetragen hat. Was wir ja im Prinzip machen wollen, ist jetzt im nächsten Schritt, wir wollen hierfür hier oben, ja, wollen wir Benutzungsoberflächen bereitstellen. Also was muss ich tun und auf welchen Knopf muss ich drücken, damit irgendwas passiert, ne? Auch wieder analog zu dem Papiermodell, also wo muss ich einen Haken machen, was muss ich aufdrucken an Arbeitsanweisungen. Und das darf man nicht vermischen, ne? Also diese Menschen, das sind ja dann für uns oftmals Rollen, damit wir eben nicht genau den Herrn Müller nehmen, sondern eben ihn in seiner Rolle, die haben im Datenmodell nur dann was zu suchen, wenn jetzt hier irgendwie so steht, was weiß ich, hier freigeben da, ne? Da müsste dann hier irgendwie noch so ein Mitarbeiter auftauchen. Und dann kann man natürlich auch so im Datenmodell so ein Objekttyp vorsehen für einen Mitarbeiter, ne? Aber eben nie für den Schulze, sondern immer für den Mitarbeiter. Und dann legt man nachher eine Instanz an und das ist dann die Instanz, die den Herrn Schulze repräsentiert. So, dann brechen wir das jetzt mal auf unsere Technologie runter. Dann haben wir ja im Prinzip so drei Domänen, haben wir eben gesehen, und ganz unten ist die Datenhaltung, dann darüber die Anwendung und darüber der Anwender. Das haben wir beim Source Code Management schon gesehen, deshalb gehe ich da jetzt mal ein bisschen schneller drüber. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier so einen Web-Client, dann sitzt eben jemand vor so einem Web-Browser oder wir haben so einen FED-Client, dann hat jemand eben so ein, so eine richtige Software, die bei mir auf dem PC läuft oder es gibt eben diese Robots, die irgendwelche E-Mails verschicken oder mit irgendwelchen Leuten chatten und so weiter oder Adapter für den Import und Export von Daten. So, das heißt, die haben jetzt verschiedene Anwendungen und diese Anwendungen müssen unten mit einem gemeinsamen Datenbankmanagement-System verbunden sein. Und da sehen wir schon, das ist ganz gut, wenn wir so ein Datenbankmanagement-System haben, wo wir die ganzen Zustände reinschreiben, dann haben nämlich alle immer die gleichen Daten. Also wenn ich sage, das und das ist, was weiß ich, eine Bestellung, die ist freigegeben, dann ist es ganz gut, wenn alle wissen, dass die freigegeben ist, dann könnten nämlich zum Beispiel die, die bestellen, auch die Bestellung auslösen. Ja, also, wir haben jetzt gesagt, hier oben gibt es jetzt also verschiedene von diesen Darreichungsformen, wie man eben mit dem Ding arbeitet, also Anwendungsschnittstellen. Und unten drunter, das ist unser Modell. Also das ist das, was wir als Datenmodell schon modelliert haben und wo dann eben unsere Objekttypen beschrieben sind und die wir dann eben als Objektinstanzen verwenden. So, und dazwischen ist dann irgendwie die Logik, also wenn jetzt irgendeiner was freigegeben hat, dann kann dann das und das passieren, das muss ja irgendwo abgebildet sein und das programmieren wir einfach. Ganz normal, höhere Programmiersprache, fertig. So, wenn man jetzt überlegt, dass das verschiedene Anwendungen sein sollen, dann müssten die ja eigentlich einzelne Anwendungen sein. Also so wird eine Anwendung, die bauen sie am Stück zusammen und dann kommt da so ein Adapter raus. Und dann wäre es natürlich irgendwie schön, wenn das zumindest hier einigermaßen gleichmäßig wäre. So, und ein Ansatz dazu ist eben, dieses so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, naja gut, klar seid ihr verschiedene Anwendungen, aber ich baue euch erstmal so prinzipiell als einzelne Anwendungen auf und dann schneide ich hier unten, das schneide ich raus und lege es irgendwo zentral hin. Also das programmiere ich einmal und benutze es dann beim Bauen von diesen einzelnen Anwendungen mit. Und wer hätte es gedacht, die Idee ist ja naheliegend und auch weit verbreitet, das Visual Studio bietet uns da die Möglichkeit, nämlich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier blau umrandet habe, einfach in eine Bibliothek auszulagern. Das heißt, ich habe dann nachher eine Web-Anwendung und diese Web-Anwendung benutzt die Bibliothek. Also diese Web-Anwendung benutzt diese Bibliothek. Dann könnte ich eine Desktop-Anwendung haben und die benutzt die gleiche Bibliothek mit dem Riesenvorteil, dass wenn die die gleiche Logik und das gleiche Modell benutzen und ich die hinten an die gleiche Datenbank anflansche, die zusammenarbeiten können. Und das gleiche gilt natürlich auch für solche Adapter. Also wenn es hier irgendwie so ein Chatbot ist, der einen Adapter braucht, naja, dann programmiere ich den halt einmal aus und benutze auch wieder diese Bibliothek. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich das hier nur einmal implementieren muss, aber dann trotzdem in den verschiedenen Anwendungen benutzen kann. Und ich habe den Riesenvorteil, wenn ich das nur einmal implementiere und die Logik dann wirklich überall gleich ist, dass ich wahrscheinlich weniger Konsistenzfehler mache. Klar, wenn ich die Logik falsch implementiere, ist natürlich dafür überall falsch. Ja, das ist der Preis. Ja, und dann sieht am Ende unsere Anwendung so aus. Wir haben im Prinzip hier unten das in Bibliotheken ausgelagert und hier oben, das sind dann eben die Anwendungen und die schauen dann eben alle unten auf das gleiche Datenbankmanagement-System. So, nach diesen Vorüberlegungen werden wir uns im nächsten Abschnitt mit dem Aufbau der Solution in Visual Studio beschäftigen. Ja, natürlich. Und ich habe hier unten letztendlich mit dem Aufbau der Solution-System in Visual Studio Aktualität und Of unIBliotheken aus dem Rahmenbeding Untertitelung des ZDF, 2020